Also, haben wir mit dem Finger geschnipst, das ist umgefallen. Kein Problem. Was ist los ey? Was ist los? Was ist los ey? Was? Die haben das Uhr ausgesprochen. Ich guck's auf Japanisch und die haben das Uhr ausgesprochen. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist das Lass? Was ist los? Was ist los? Ender Da muss Karin Sasuke noch gesagt Das ist unheimlich so ekelhaft ausgesprochen. Unheimlich so betont. Stimmt nicht mit ihr. Machen wir einfach mal weiter. Jetzt zwei unvergleichliche Krieger. Jutsu, der alliierten Ninja-Streitkräfte. Gebrüll des Zehnschwänzigen. Start bitte. Biete, biete. Danke, danke. Biete, biete. Ich hab schon wieder geworfen. Ganz ehrlich, wieso hat er so viele Zähne? Das ist die Zähne? Wie war es das? Ich hab schon wieder geworfen, wenn ich die Zähne habe. Ich hab keine Worte für sie. Das ist eine Worte für sie. Ich hab keine Worte für die Zähne. Das ist ein Worte für die Welt. Das ist eine Worte für die Zähne. Das war's für mich, aber ich wollte es nicht mehr tun, aber ich wollte es nicht mehr tun. Jetzt muss ich mit dem 10 und dem 8 Schwänzigen gegen den 10, äh, den 9 und den 8 Schwänzigen gegen den 10 Schwänzigen kämpfen. So bombast bädelt sei da. Zielerfassung. Erfasste, erfasste Ziele wechseln. Achso, Kuramas Angriff richtet sich auf erfasste Ziele, indem du bewegst. Kannst du die erfassten Ziele wechseln? Wechsle die Ziele, um die Augen des 9 und 10 Schwänzigen zu zerstören. Verteilte Bijudamas. Drücke YX, um ein verteiltes Pyjama durchzulassen. Bijudama. Dann kannst du auf einen einzigen Schlag mehrere Ziele Schaden zufügen. Wenn du dabei X gedrückt hältst, nimm die Zahl deiner verfassten Ziele zu. So kannst du sogar noch mehrere Fallen aufs Korn nehmen. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ah, okay. 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 Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber ich mache irgendwas und anscheinend funktioniert es. Yeah, wir haben eins kaputt gemacht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Okay, das stinkt aber anscheinend. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber es sieht gut aus für mich. Oh, fuck, da hat mich einer getroffen jetzt. Oh, schnell weg. Oh, 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 oh. Immer weiter drauf. Immer weiter drauf. Scheiß drauf. Bam. Bam. Immer schön aufs Auge drauf. Fuck doch, was das Zeug hält. Gar kein Problem. Immer drauf. Voll ins Hornauge, Alter. Wow, das war knapp. Oh, oh, schnell weg. Halt. Halt. Und wenn man da bedenkt, dass es eigentlich zwei Riesenviecher sind, ne? Und das sieht alles so klein aus gerade. Vor allem Kurama sieht so fucking klein aus. Und alles schön drauf, Alter. Immer schön drauf. Akku, fast leer. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Vor allem ist es im Endeffekt einfach nur... ...irgend so ein hässlicher Klumpen. Als Gegner... ...hätten sich noch ein bisschen... ...bisschen Mühe geben können, bei diesen Zeenschwänzigen, finde ich. Scheiße Ausweichen Ausweichen Dann hatte ich bis jetzt Glück gehabt über diese Attacke Weg 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 Warum hat er eigentlich so viele Augen? Der Seer hat auch nicht so viele Augen gehabt Scheiß drauf Immer Dauerfeuer Oh 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 Nehmen wir auch das Auge Weg 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 Weg! Weg! Jetzt kombiniert er so ein bisschen die Angriffe. Oh scheiße, ich kriege zwei Stimme auf einmal. Halt! Halt! Oh, oh, das ist ein sehr sauer. Alter, wie cool ist das denn? Wuhu! Aua! Aua, ich bin schon wieder reingerannt. Nein! Der rennt zu weit, okay. Leiter, scheiße, sorry. Kurama, mach doch, was ich dir sage. Oh, fuck, Alter. Scheiße. Alter, wie soll ich... Alter, ist ja gut. Oh, oh, oh. Achso. Boah, gerade so mit 15% mehr geschafft, Alter. Boah. 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 So, tschuldigung, hab ich vergessen. Alter, Bijou da mal ins Gesicht rein, alter. So, tschuldigung.